Ich bin zutiefst erschüttert über den Vorschlag, der in einem Artikel auf der Titelseite der New York Times vom 9. Februar dieses Jahres seine Erörterung findet, dass nämlich eine mögliche gerichtliche Überprüfung von Präsident Obamas Entscheidungen, die gezielte Tötung mutmaßlicher Terroristen zu genehmigen, möglicherweise auf die Tötung von US-Bürgern beschränkt werden soll. Wollen die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Menschen uns wirklich sagen, denjenigen von uns, die im Rest der Welt leben, dass unser Leben nicht den gleichen Wert hat wie das Leben ihrer eigenen Bürger, dass Präsident Obama eine Entscheidung fällen kann, uns zu töten, mit weniger Sorge um eine mögliche gerichtliche Kontrolle dieses Vorgangs, als wenn ein US-Amerikaner gezielt getötet werden soll? Würde Ihr oberster Gerichtshof der Menschheit tatsächlich vermitteln wollen, dass wir, wie der Klabe Dred Scott im 19. Jahrhundert, nicht so menschlich sind wie Sie, die US-Amerikaner es sind? Ich kann es einfach nicht glauben. Früher habe ich von der Apartheid gesagt, dass es die Täter ebenso entmenschlicht wie seine Opfer, wenn nicht sogar noch mehr, ihre Reaktion als Gesellschaft auf Osama Bin Laden und seine Anhänger droht ihre moralischen Maßstäbe und ihre Menschlichkeit zu untergraben. Desmond M. Tutu an Bord des Schiffes Explorer for Hongkong am 11. Februar 2013 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.